Guten Tag, ich ist Dirk Michael von pageafteri.com und diesmal will ich vertellen um ein Sprech mit dem Namen Frankisch. Im Fallehrer ihr ein Sprecher von einem Sprech aus Tudisch, Nordisch, Niederlandisch, Afrikaans und so weiter, so können ihr versteuert das Sprech aus den Problemen. Ich ist neid der Schaffer von dem Sprech, ich heiht David Park, ihr könnt ein E-Mail zu ihm mit diesem Adress. Und ich will neid verklaren mehr um das Sprech, für das können ihr lesen um es im Internet. Dies Tag wird einfaltig Sprech in Frankisch und ihr könnt besluten, wie denkt ihr um es. Erst, eine kleine Übersetzung von Tudisch zu Frankisch von einem Artikel in deutscher Welle. In der ganzen Welt er Produkte von Tudischland kennt und populär. Man kennt Autoren und Denker von Tudischland. Doch hochpopulär ist die Tudisch Sprech. Für mannige Menschen ist es ein Drum zu kennen und lernen um Tudischland persönlich. Doch hochseht auch die Sprech zu dem. Tudisch ist zu die Eilen von mannige Menschen zu schwer, zu hart, zu unmelodios. Doch ist die Grammatik zu schwer, zu lernen. Kann Tudisch besser ein eigentliche Internationale Sprech? Gut. Die zweite ist ein Obersetzung von Nordisch, von Wikipedia. Um die Stadt Allesund. Allesund. Allesund ist ein Stadt in die Nordwest von Norwegen. Die Stadt ist international für seine Spezialarchitektur in Jugendstil mit tollen Häusern und fantastischen Ornamenten und die Gebäude von der Stadt. Die Architektur in dem Zentrum von Allesund ist die Resultat von der Katastrophisch Stadtbrand in Neuen-Ten-Neuen-Für und was die totale Zentrum von der Stadt Legge zu der Grund. Und after die Stadtbrand was die Stadt konstruiert auf Neue. Gut. Das war Nite zu Swerter für Stille Nightwear. Und die Tudel-Oversetting die Frankische ist von Niederlandisch. Auch von Wikipedia. Und die Firma Swerdburg. Swerdburg. Swerdburg Swerdburg ist ein Niederlandisch-Film von 2006 um eine junge jüdische Frau verwerteten Spielen in die zweite Weltkrieg entgegen Tudelschland und die Nazis. Die Film fand meine Kremis und in 2008 verselektiert als die beste Niederlandisch-Film von Alltzeit. Okay. Das war interessant. Und nur, ich gebe es so ein einfacheres Exempel zum Zwerdburg. Gut. Das ist mein Papier. Wer ist dein Papier? Wer arbeite du? Ist du ein Portier oder Student? Will du drinken ein Glas water oder will du haben ein Glas Bier oder Melk? Wo ist die Wetter des Tag? Ist die Wetter Regen, Sonnig, Windig? Ist die Wetter warm oder kalt? Ist der Snow out inside? Der Tag? Traffic-Control? Gut. Und endlich will ich lesen, bitte, von der Overtretung. Aber ich weiß nicht, von der Overtretung. Ich weiß nicht, dass ich die Overtretung von einem Buch in Düdisch-Infalle oder ich kenne Düdisch-Schreibers, und ich weiß auch, dass ich auch dieses Buch. Ja, mein junge, ich kann gut sagen zu dir, zu wägeher die Garten. Ich weiß gut lang, dass die Apples ist stolen. Und ich weiß auch, dass ich das sagt, die Mann, die ergevst, die zwei Marken, zu ein paar Sachen sage zu ihm, weil er stolen die Frucht. Durch God, rog Dick, doch schall du nicht sagen zu ihm. Ich fühl, dass es unnüht, dass er ein Lehrer zu sein eiergefühl. Er war auf die Anderwereld. Für ihm war es verleid Nein der Licht. Ich fühl, dass es richtig ist. In diese Sachen waren die Lüden auf die Anderwereld nicht mehr als die. Nightsäger, wacht Krömer, durch Freund. Mein Duden ist echt ein Verfallster, das kann ich machen allein in zwei Markstück. Ich ist ein arm Kerl. Ich habe einen reich Vater als du. Und wann kann ich verdiene zwei Marken, muss ich verdiene dem. Mag sei jedoch mehr. Okay. Ich denke, das ist genug für eine Kurzvorstellung um Frankisch. Die Grammatik ist sehr einfältig. Doch ist die Sprache auch sehr einfältig für manche Menschen zu verstehen. Und wenn Sie Fragen um Frankisch können Sie fragen mich oder David Park. Auch mein Freund Oliver Simon, die Schaper von ein Andersprache mit dem Namen Sambasa, kann Sprache in Fransisch und Fransisch. Und ich spreche Franzisch und Fransisch. So, gut. Danke für Ihr Interesse. Und wenn ihr Fragen oder Kommentaren, kann ihr schreiben unter dem Video oder in meinem Blog bei Jeff30.com. Und Verwere.